Wir wollen eine Kriminalgeschichte erzählen. Wir haben uns dazu etwas verkleidet, denn wir wollen nicht erkannt werden. Es handelt sich hierbei um eine zoologische Tragödie. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, vier vom Latte Diente so auf dieser Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, liebes Kind, ich seh gerade Drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl, so lebt denn wohl, du frischer Kohl. Halt noch eins, denk was geschah, denk was geschah, geh nicht aus, denk an Papa, denk an Papa und auch an Großpapa. Also sprach sie und endlich, Made Junior, aber schlich, das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht. Und verschlang die kleine Fade-Made ohne Gnade, schade. Es ist schade um die Made, um die kleine Fade-Made, es ist schade. Um die Made, um die kleine Fade-Made, es ist schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Hinter eines Baumes Hinde, ruft die Made nach ihren Kinder. Untertitelung des ZDF, 2020